Hallo und herzlich willkommen! In diesem Video lernen wir, wie man diesen sehr schönen Pulli häkelt, welcher gar nicht schwer ist. Er besteht nur aus Reliefstäbchen und Stäbchen. Das Muster des Pullis ist eigentlich eine Musterrunde, die wir stets wiederholen. Es ist wirklich ganz einfach, es ist ein ganz ganz tolles schlichtes Muster. Vielen Dank!